Das ist Liberty. Sie ist wunderschön. Sei vorsichtig mit ihr, sie hat anscheinend viel durchgemacht. Ruhig. Ich bin bei dir. Liberty bereitet uns nur Kosten. Sie wird nächste Woche geschlachtet. Warte, das kannst du nicht tun. Sie ist meine beste Freundin. Laura, wenn wir nicht bald Geld reinkriegen, müssen wir den Reiterhof ein für alle Male verkaufen. Ich muss Liberty irgendwie retten. Das Turnier nächste Woche vergibt ein sattes Preisgeld. Ich weiß nicht, ob Liberty schon bereit dazu ist. Ich glaub an euch. Papa, gib mir nur eine Woche. Laura. Bitte. Na schön, eine Woche und nicht länger. Psst. Ich bin bei dir. Wir haben's geschafft, Liberty. Wir haben's geschafft, Liberty.